Musik 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 Guten Morgen Nicole Bist du fit heute? So? Und Muskelkater? Nein Nein Wirklich? Dann müssen wir schauen, dass wir heute ein bisschen Muskelkater kriegen Okay Heute sehen wir das ganze Skigebiet Heute geben wir ein bisschen Gas Ich möchte, dass du noch mehr Fortschritte machst Dass wir morgen für alle Pisten bereit sind Okay Super Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Wie lange machst du das schon, Skilehrer? Ich glaube, es ist schon neun Jahre lang. Und jeden Winter, die ganze Saison? Ja, die erste Saison. Dann habe ich gesagt, ich mache jetzt mal die Überbrückung, dass ich einen Job finde. Und dann ist das so eine Saison oder drei. Jetzt mache ich das schon recht lange. Und ja, das ist schön. Das ist eigentlich für mich ein Hobby. Es ist fast kein Beruf. Schon cool. Und dir, wie gefällt es hier? Ich finde es super. So? Aha. Ich meine, bei diesem Wetter ist es sowieso super. Da kann man nicht viel anderes sagen. Aber auch so viel Skifahren macht extrem Spass. Und zwar noch ein bisschen Unsicherheiten. Da muss ich mich noch etwas mehr getrauen. Das kommt schon. Aber es ist echt cool. Ja. Was sagst du, Neumi? Wenn wir wieder ein bisschen fahren, bei diesem Wetter. Ja. Üben, üben. Dass wir noch besser werden. Das ist gut. Jetzt. Bist du? Mhm. Bereit. So, Neumi. Hast du Lust, eine Runde zu Walzern an? Walzern? Walzern. Mit dem Ski kann man Walzern. Es ist wie eine Pirouette drehen. Okay. Dann probieren wir den Walzer mal zu zweit. Dann kannst du dich immer an ein Stück halten. Dann kriegst du das Gefühl, es um hinten zu legen. Und dann kannst du auch nicht so viel umgehen. Du kannst ein Stück so nehmen und ein Stück so nehmen. Ja. Mhm. Die knappe toys ... fold oder so ... ... Musik Musik Musik